Oh, Scheiße. Nein. Das gibt's nicht. Ja, da hab ich ein bisschen in den Vorsprung verloren. Aber ich denke, den kriegen wir wieder. Hoffe ich. Ja, wir kommen wieder etwas dran. Die haben wir auch schon wieder eingeholt. Also, wir sind im Gegenteil nicht dran. Jetzt sind wir gleich vorbei. Ja. Das ist total auch gepflanzt. Oh, jetzt hab ich den verpasst. Ja. Dabei bin ich nur übelst knapp vorbeigefahren. Und jetzt immer auf dem letzten Mal. Also, das erste Mal haben wir schon mal nicht mehr. Ja. Oh, das geht's nicht. Ja. Also, das wird schon mal nichts mehr. Und dann haben wir dann schon gelästert. Das sei denn, die da vorne strengt, sieht es überhaupt nicht mehr an. Aber das kürzt man ja nicht mehr. Dann gibt's auf jeden Fall noch dahin fahren. Weil so schwer ist die Strecke ja, ne? Aber auch so was bleibt in die Tür drin. Auch wenn wir nicht beginnen. Ja. Wieso wird sich immer dritter sein? Der muss wahrscheinlich... Naja, was... Der ist eine Fahrt. Springt. Und das war's. Hat er nicht geschafft. Tja. So ist es jetzt immer dritter geworden. Naja, was jetzt. Ja, da hat er gewonnen hier. Verdient ist auf jeden Fall gut gefahren. Und ja. Würde ich sagen, war's das für diese Folge GTA Online. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao. Tja. Tja. Untertitelung des ZDF, 2020